Hallo, grüße Sie! Wie immer, ja, wie immer aus Paraguay und heute kalt, um nicht zu sagen Arschkalt. Ja, so schlimm ist es nicht, Entschuldigung, also wir haben so um die, schätze ich mal, 15, 16 Grad, aber die letzte Zeit ist wirklich kalt geworden. Herbst. Gut, heute sprechen wir über die Aufenthaltsgenehmigung und die Einwanderung. Ihr fragt uns immer wieder am Telefon bzw. per E-Mail und nutzt immer, immer noch wenig die Kommentare. Also schreibt bitte mir darunter, damit wir eure Frage gerne beantworten können. Also Fragen und Antworten, heute sprechen wir über die Aufenthaltsgenehmigung, Personalausweis und die Einwanderung nach Paraguay. Ja, okay, also bleibt dran! Also um die Dauerhalts- bzw. Aufenthaltserlaubnis, die dauerhafte, zu erhalten, in Paraguay habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal, ihr beauftragt einen Einwanderungshelfer, die nicht unbedingt preiswert sind, aber man muss auch darauf achten, dass man also den Richtigen wählt. Und die zweite Möglichkeit ist, ihr geht einfach selber hin zur Migrationsbehörde, also Einwanderungsbehörde und erledigt die Sachen in Eigenregie. Dazu braucht ihr aber gute Spanischkenntnisse, mit Englisch kommt ihr nämlich nicht weit, okay? Also erster Punkt, Eigenregie. Es ist kein Problem, die Einwanderungsbehörde befindet sich in der Hauptstadt Asunción. Die Adresse kann ich euch sicherlich unten auch verlinken. Ihr geht einfach hin, da gibt es, sag ich mal, so DIN A4 oder mehrere DIN A4-Blätter, wo alles genau aufgeschrieben ist, was ihr zu erledigen habt. Also da sind mehrere Sachen, ihr müsst zur Polizei, ihr müsst zum Krankenhaus, sich untersuchen lassen und so weiter und so fort. Also es gibt da so ein paar Punkte, die man erfüllen muss. Und zwar sind das verschiedene Stellen, sodass ihr entweder mit dem Eigenwagen fahren müsst, mit dem Bus oder halt mit dem Taxi. Aber es nimmt natürlich Zeit in Anspruch und wie gesagt, gut, es kann ja schon natürlich ein paar Tage, wenn nicht mehr, in Anspruch nehmen. Und wie gesagt, Voraussetzung, gute Spanischkenntnisse. So, die zweite Sache ist ein Einwanderungshelfer. Wir haben es auf jeden Fall mit einem Einwanderungshelfer gemacht. Warum? Ganz einfach. Also für uns, als wir eingewandert sind, vor mehr als 15 Jahren war es ja wichtig, dass wir natürlich auch die richtigen, sag ich mal, die richtigen Einwanderungsdokumente bekommen und auch nicht gefälschte oder illegale, womöglich, Dokumente erhalten. Weil damit wollten wir natürlich keinen Ärger haben. Also Personalausweis, ein paraguayischer Personalausweis ist auf jeden Fall wichtig. Wir haben einen guten Einwanderungshelfer, der nicht preiswert ist. Also die arbeitet im Bereich 1.000, 1.200 Euro pro Person für die komplette Erledigung und für den Personalausweis. Damit habt ihr keine Probleme. Ihr bezahlt den Mann und in einigen Wochen bzw. auch Monaten, je nachdem, ist die Sache ledig und bekommt die richtigen Papiere, Dokumente, also Personalausweis, ausgehändigt. Okay? Okay. Unabhängig davon, für welche Lösung sie sich entscheiden, braucht ihr auf jeden Fall die paraguayische Botschaft, die sich in Berlin befindet. Unten gebe ich auch Links, damit ihr sich direkt an die Botschaft wendet könnt. Weil ich habe schon zwar ein Video gemacht über Einwanderung, über Dokumente, aber glaubt mir, ach, das ändert sich ständig und im Prinzip das Video in ein paar, weiß ich nicht, Wochen, Monaten wird nicht mehr so ganz aktuell sein. Deshalb am besten wendet euch direkt an die paraguayische Botschaft in Berlin Adresse und der Link unten unter dem Video, also in der Beschreibung. Okay? Hält euch einfach da dran, da kommt ihr auf keine Schwierigkeiten, kein Problem. Okay? Also, um es kurz zu fassen, ihr braucht zwei Sachen. Also, Selbstversorgung bzw. in Eigenregie die Sachen zu erledigen, eine Einwanderungshelfer zu beauftragen. Dann braucht ihr die Dokumente, die nötigen Dokumente aus Deutschland. Und die vierte Sache sind die 5.000 Dollar, die ihr einzahlen müsst. Also, im Prinzip, das Geld geht nicht verloren, das habe ich auch schon mal erwähnt. Ihr müsst einfach bei der Bank das Hinterlicht haben. Und wenn ihr, ach ja, Zedula, also Personalausweis bekommt, könnt ihr das Geld wieder nach einem kleinen Abzug abgeben vom Konto. Also, es geht auf keinen Fall nicht verloren. Ich denke, in Kürze habe ich euch alles erzählt. Falls ihr Fragen habt, bezüglich der Einwanderung, Einwanderungshelfer bzw. anderen Sachen, die mit der Einwanderung nach Paraguay in Verbindung stehen, bitte einfach die Kommentare bzw. sämtliche Fragen bitte unten stellen. Okay, falls es euch gefallen hat, wieder links nach oben, teilt das Video gerne auf YouTube, an die anderen, Facebook, Twitter, Instagram und auch alle anderen. Also, macht es gut. Also, wie gesagt, ich hoffe, es wird ein bisschen wärmer. Das Wetter ist schon einigermaßen. Deshalb, wie gesagt, links nach oben, Likes, Daumen nach oben, links, wie immer, weitere Videos, die sehenswert sind und wir sehen uns beim nächsten Video. Okay, mag es gut und hält die Daumen, das Wetter wird, glaube ich, besser. Bis dann, ciao, ciao.